moin 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 Leute ihr seid die Coolsten und und ich sag nur noch ein neues Video von der UAE ist wieder da ich hab einen Döner oder besser gesagt einen Dürum einen Dürum ich werde ihn jetzt für euch oder kann auch essen ich weiß dass es lecker ist ich werde meine Lieblings dirumladen bei Lenya Grill So sieht er aus. Ich beiß mal rein. Also, ich bestelle ihn immer mit einen Salaten, die sie haben, mit Zwiebeln und Tomaten, alles rein, alle Soßen. Ich lasse immer, also alle Soßen nicht, aber ich lasse immer die scharfe Soße weg, weil ich kein scharfes Essen mag. Ich lasse die scharfe Soße immer weg. Und ich lasse immer die scharfe Soße weg und als Fleisch nehme ich immer Hähnchen, also Hähnchen oder Puder, die wir haben, immer gefrühere Fleisch. 1A, mit Sternchen. 1A, mit dem mein Kiesalz geht zu Ihnen. 1A, mit Geflüge 4,50, mit Rent 5,50 und beide gibt es auch als Großvariante. Und ich habe jetzt Geflüge 4,50 genommen, weil es gibt es auch als große Variante für 1 Euro mehr jemals, jeweils mehr. Und kann man auch einen Jumbo Dürum nehmen, kostet 1 Euro mehr. Und für den Aufpreis, ich weiß nicht, der Preis ist nicht, weil ich das nicht kaufe, kann man sich noch Fetakäse oder so Käse reinmachen lassen. Und der kostet auch mal extra, wenn man es gerne hätte. Die haben sogar ein Vegetarisch. Was der jetzt kostet, weiß ich nicht. Einfach nur der beste Dönerladen oder Döner-Imbiss, wie auch immer man sagen will, in ganz, ganz, ganz Kiel. Der hat es vor 20 Jahren auch gemacht, 99. Ich war da noch Stammkunde, als der Großvater noch damit gearbeitet hat, der Vater noch da gearbeitet hat. Jetzt hat es der Sohn übernommen. Seit 20 Jahren, seit 20 Jahren gehe ich da hin. Seit so langer Zeit und das ist geil. Okay, das Fleisch, haben die mir mal erzählt, aus der Region. Das Fleisch, die wissen genau, wo es her ist, also aus der Region. Die kaufen da, also... Ich kann es euch nur empfehlen. Die machen die Spieße noch nicht Fabrik, die machen es selber. Einfach richtig geil. Das war es auch. Ich wollte euch die Döner mal zeigen. Ey, den Dürer. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Ich kann ihn nur empfehlen. Und jetzt heißt das, also wenn ihr eine Note geben sollte, die Schulnote oder wie hat man mal, wenn 1 jetzt die beste Note wäre, wie in der Schule, die 1 die beste Note ist, kriegt das eine glatte 1 mit so viel Plus davor, mit so viel Plus dahinter würde ich sagen, mit so viel Pluszeichen, wie ich nur schreiben kann in meinem Leben. Und jetzt heißt es, haut rein, bis dennne. Und auf Wiedersehen, eure Uhr. Bis zum nächsten Video. Hab euch lieb.